Ja, wir gucken Memes I stole from Florida. Geil. Ja, da rein. Check ich nicht. Yo, Saddy, gib mir einen Funtmassage, bro. Hä, die Memes sind eigentlich gut, der erste Klipper, sauscheiße. Ja, ich kann, gib mir einen Funtmassage, bitte. Ja, woher kommt er? Mein Mann, ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wie... Jürgen! Any last words? None. Schön. Heavy Def? Messi! sie zu ronaldo ja was hat der für den Kopf ich hatte vor Zombies damals wirklich Angst ich bin nicht mehr lief, du kannst mich an ich bin starrin' at du, du bist echt stark ich bin nicht das stark ich bin du hängst? ich bin live jetzt follow me, comment, like to take a bite und komm, du kannst mein Leben Baka Bro, ich bin Minecraft outside Oha! Das ist legit Gravel! Oha! Junge, wie schnell muss man sein? Digga, wie Tef! Was ist das? Das ist ein Fisch! Das ist ein Fisch! Das sieht aus wie ein Schuh! Was bin ich? Oha! Was ist dein Name? Was ist dein Name? Oha, so schau an diesen großen Mann! Kaylittle heißt der! Der Arme, Digga! Weißt du, wie wir Freunde mit uns senden? Oh, sicher! Sind wir Freunde, ihr zwei? Ist das dein Freund? Ja, ja! Basically! Basically wir Freunde! Nooo! Oha no! Nooo! Yes! Der Hund! Nooo! Der hat nichts gemacht! Was ist das? Das ist die Horrific-scene, wo Mom just finished eating her famous dry as a bone fried chicken Excuse me? Ma'am, please people almost suffocated, okay Some even said they could feel the chicken clogging their esophagus all the way down Ma'am, please, we don't handle witnesses, okay? Jürgen, er deckt auch, da ist was am Haken Digga Ey, guter Schutz Ey, warum stehen die da überhaupt? Fortnite The baby started kicking on me for you Wait, how far longer, Jürgen? Nein, ma'am Come here, come here Junge, was mit ihm Digga, hä? Porkchop, come here Manche Katzen haben so'n Schaden Anybody else eat their Bananas like this? So, I just have a small banana And basically, what I do is I open the top And the bottom And then... Die waren nicht klein Jürgen 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 Among Us Amogus Sus, Amogus Susi 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 Bucky Amogus Sus, Amogus Ich kann nicht mehr Auto Haken Ich kann nicht mehr Auto Haken Check ich nicht, was ist das? Jürgen, wie viele noch von denen? Holy Das blocked Es r Port 앞으로 Hund naja naja Digger ist das Geisteskrink Das ist mein neuer Karpett Es ist neu Doch, übrigens hast du den Code Come on man NOOOOO Junge, er kack drauf You pissing me off What you wanna do, bruh It's whatever What we gonna do, fight a f*** I'm getting naked either way I just wanna know It was exciting Check ich nicht Ich schwöre schmatzen ist so geil Stop Hey Reed I'm pretty sure my shit gets I get off early WTF Oh, ich kenn den Clip Der dodged Der dodged jetzt diesen Diesen Tiger oder Löwe oder so Guck mal Wie er ihn genommen hat Der was WTF 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 Er ist durchgedreht WTF 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 Warum ist hier auf einmal Musik? Geht ab! Okay, Bowsie! Ich trinke manchmal Monster-Energy-Drinks, die sind wie Piss-Magnets. Sie sind lecker, aber sie machen dich zu spüren. Sie machen dich zu spüren, auch zu spüren. Ich habe viele Leute trinken Monster-Drinks, die du wissen, sie gehen nach Hause, um zu spüren. Digga, hä? Digga, what the fuck? Warum lacht der dabei so? Manchmal checke ich so clipsig, oh oh, der Hund, der muss krollen. So, Papa, was ist das Geheimnis, um zu machen, dass deinem Freund funktioniert? Viele Sachen. Und? Und mehr Sachen. Digga-Chat. Ich weiß, dass du das auf Facebook, du Idiot, würdest du stoppen? Eines Amazon-Reviews auf irgendwas machen? Es wäre wahrscheinlich dieses WINDOW-KAT-Perch. Das muss 50-plus lbs. Fattlord. Wow! Chilli! Ey, voll gute Sachen mal zum Produkt, Digga. Cat, stare down. Hey, kann ich dein Sandwich haben? Bitte. Klar. Danke. Danke! Hey, Ro, ist das jetzt? Hey, bisschen Lest-Forsch. T익ga! Hey, Tickga! Hey, B숙, ist das jetzt? Hey, Big Tim, Lest-Forsch! You're good. Einfach, Re워서. der katzen drehen so durch bei licht der was mit dir was macht der hund hey babe hey was that would like about the new building that they're building no let me turn the light up i think it's too bright check ich nicht junge wcf klasika jeder bw fahre immer Schön! Hahaha, Digger! Junge, er hat so geschissen. Tot! Ich habe die Urge. Es ist so hart gerade, nicht diesen Stückchenchen auf deine Füße. Wenn ich es für CeCe mache. Das ist Tierquälerei oder so. Wenn du in deinen Lippen schaust, kannst du es fassen. Oh! Junge, oh! Wie schnell! Er geht rein. Schön! Hahaha, er dachte auch, er wird wieder, äh, Dings. Barsch! Oh! Schön! Hahaha, Digger! Hahaha, diese Videos rechts sind so dumm. Oh! Pass! RONALDO! Woah! Digger, der willst du auf seinen Fettarsch gefallen sein. Ja, was passiert hier? Er dreht um. Oha! Oha! Digger, was ist es? Wie lange geht das? Was? Digger, hä? Chillig, Leben durchgespielt. Tot. I don't understand. You will be loyal to a group of. On your blood. For no reason. Juge, das Video geht, by the way, so lange, ne? Digger, ich checke das jetzt, dass ich dachte, es geht 10 Minuten. But not to your girl. And she said you did. Like, why did you know? Come on, baby, eat that. Cause you know it's good for the koochie koochie. Babe, don't f***ing say that. What? I don't know my parents. Your dad doesn't give a f***. What the f***? What the f***? What the f***? What the f***? Come tell us, do you think the back of your balls are of the front of your balls are of the front of your balls? Ey, ab und komm, danke für prems-up. King. Well, the back of your balls hang out with your a**. Well, the front of your balls hang out with your d**k. Yeah. I'd much rather hang out with your d**k. Digger, was labern die da? I'm 4'11 and it was going over me anyway. Don't laugh. Digger, was macht der da? Ja, er dreht um. Er dreht diese Lockere um mitten im Staub. Digger. Pretty boy. A b**ch. Alright, if I get the scene, you gotta kiss me. Okay. Digger. Hey, mach mal das nicht andersrum. Achso, es soll ein Herz sein. Ja, ich check's jetzt erst. Alright, for right now, follow my Instagram, Snapchat, Twitter. Here we go. Arms down, how does that feel? Good, thanks. Junge, ich muss sowas auch mal machen lassen, alter. So richtig einfach alles brechen lassen. Here we go. How does that feel? Good. Just gonna go around the neck like that. Oh oh. Oh oh. Go and bite down for me. Boah, Junge. Okay. Hands on the floor. Okay. Mö? Yeah, what do you mean? Haha, Digger. Oh nein. Oh oh. Die haben's gecheckt. Ahhhh. Ahhhh. Junge. Der arme Affe. Oh. Sein Gerät fährt weg. You've been very drunk the last hour. Me? Or you? No. You. Ha! Gigi. What is that? I sat down and I started the timer. Because I knew as soon as I sat and got comfortable, you'd asked me to do something. So it took you a minute and five seconds. Good job. Check ich nicht. Es ist vorbei. Pippo Happy! Was ist das für Viecher? Einfach Lizard Mans. Ey, Video war gut. War bisschen lang, aber hab ich gar nicht gecheckt. Aber gutes Video. Bäng auf.